Kapitel 4 Starr vor Entsetzen stand Jana Bertha auf dem Bahndamm. Die Staubwolke hatte sich verzogen, und dort unten lag Uli. Nicht weit von ihm lag sein Teddy, daneben das Fahrrad. Nur die Lenkstange war verbogen. Das Vorderrad drehte sich noch. Ullis Kopf, von der Kapuze umhüllt, lag seltsam flach in einer Blutlache, die sich zusehends vergrößerte. Jana Bertha warf das Rad hin, stürzte die Böschung hinunter und kauerte sich neben Uli. Sie streichelte seine Hand, die noch ganz warm war. Sie drehte sich nicht mehr nach der Autokolonne um, die vom Dorf herankam. Hier lag Uli. Hier konnte niemand vorbei. Sie blieb mitten auf dem Weg hocken. Der vorderste Wagen bremste. Ein bärtiger Mann und eine rotblonde Frau stiegen aus. Hinter ihnen wurde wütend gehupt. Immer mehr Hupen lärmten. Die Rotblonde zog Jana Bertha hoch. Ihr wolltet doch wohl auch auf den Bad Hersfelder Bahnhof, sagte sie. Steig ein, sagte der Wertige. Wir nehmen dich mit. Die Kinder rücken ein bisschen zusammen. Uli muss mit, sagte Jana Bertha. Uli, fragte die Frau. Du meinst... Jana Bertha warf den Kopf zurück und sah die Frau mit einem wilden Blick an. Er ist mein Bruder, schrie sie. Du kannst ihm nicht mehr helfen, sagte der Wertige leise. Das Hupkonzert wurde immer lauter. Eine Stimme schrie, mach den Weg frei oder wir helfen nach. Er muss mit, sagte Jana Bertha. Er muss mit. Die verlieren die Nerven, rief der Wertige. Er warf Ullis Fahrrad auf die Böschung, hob Uli auf und ging ein paar Schritte ins Rapsfeld hinein und legte ihn dort nieder. Als er zurückkam, war sein Hemd voller Blut. Nein, schrie Jana Bertha. Nein! Sie wollte ins Rapsfeld laufen, aber die Frau hielt sie fest. Jana Bertha versuchte, sich loszureißen und schlug um sich, bis ihr der Wertige eine schallende Ohrfeige gab. Da knickte sie zusammen und ließ sich widerstandslos in den Wagen tragen. Erschreckt rückten die drei kleinen Mädchen im Fond zusammen. Schnell, rief die Rotblonde, die fallen noch über uns her. Der Mann und die Frau warfen sich auf ihre Sitze, schlugen die Türen zu und fuhren davon, gefolgt von der Kolonne. Der Aufenthalt hatte kaum mehr als drei Minuten gedauert. Die beiden schwiegen. Auch die Kinder blieben stumm. Jana Bertha nahm nichts mehr wahr. Erst als der Wagen neben der Fulda auf einer Wiese hielt und die Frau die kleinen Mädchen herauszehrte, hob sie den Blick. In der Nähe standen Häuser. Das musste Bad Hersfeld sein. Es donnerte. Du musst mitkommen, sagte die Rotblonde zu ihr. Hier bist du verloren. Sie reichte ihr die Hand und Jana Bertha tat, was von ihr erwartet wurde. Aber sie hörte alles, was die anderen sprachen, wie durch eine dicke Wand. Der Bärtige hiefte einen vollgepackten Rucksack aus dem Kofferraum und wuchtete ihn sich auf den Rücken. Das mittlere Mädchen, vielleicht fünf Jahre alt, setzte er sich rittlings auf die Schultern. Die Rotblonde schob das jüngste Kind, das an einem Schnuller saugte, in einen Tragesitz, den sie sich umhängte. Das älteste, etwa in Ullis Alter, nahm sie an der Hand. Der Mann schloß den Wagen ab und sie liefen in Richtung Stadtmitte. Jana Bertha warf einen Blick zurück. Zwischen Bäumen sah sie die Schlossgemäuer des Eichhofs liegen. Überall in der Landschaft verstreut leuchteten Rapsfelder. »Fass Susanne an,« rief ihr die Frau zu, »damit wir uns nicht verlieren!« Jana Bertha gab dem ältesten Kind die Hand. Schlafwandlerisch setzte sie Schritt vor Schritt. Vor ihnen lag Bad Hersfeld. »Jetzt musst du ein bisschen laufen,« sagte der Bärtige zu Susanne. »Wenn wir nicht schnell genug auf den Bahnhof kommen, holt uns die Wolke ein!« »Aber wir können uns doch unterstellen, wenn es regnet,« keuchte das Mädchen. Die Frau warf ihrem Mann einen Blick zu und sagte, »Du hast recht, Susanne, aber wenn wir nass werden, könnten wir vielleicht Schnupfen kriegen.« Der Mann schüttelte den Kopf und für einen Augenblick sah es so aus, als wollte er der Frau widersprechen. Doch dann wiederholte er nur, »Komm, Susanne, lauf ein bisschen!« Susanne brach in Tränen aus und die Kleine auf den Schultern des Vaters heulte laut mit. Im Laufschritt hasteten sie weiter. »Kennst du dich in Bad Hersfeld aus?« fragte die Frau. Jana Bertha nickte. »Sie kennt sich hier aus,« rief die Rotblonde ihrem Mann zu, der ein paar Schritte hinter ihnen war. »Gott sei Dank!« Und zu Jana Bertha gewandt, befahl sie, »Zum Bahnhof, hörst du, auf dem schnellsten Weg! Die werden bei der Evakuierung zuerst die Bad Hersfelder dran nehmen, aber wir sagen einfach, wir sind von hier. In dem Trubel kann das sowieso keiner kontrollieren, und bei vier Kindern werden die nicht viel fragen. Wer hat heutzutage schon vier Kinder?« »Vier?« fragte der Bertige. »Kapierst du denn nicht?« rief die Frau. »Sie ist unsere älteste Tochter.« »Natürlich!« sagte der Mann. »Wenn du gefragt wirst,« sagte die Frau zu Jana Bertha, »wir sind die Heublas aus Bad Hersfeld. Denk einfach an Heu und nenn uns Mutti und Vati.« »Nein!« sagte Jana Bertha. »Es ist ja nicht ernst gemeint,« keuchte die Frau, während sie weiter hastete. »Nur, damit wir schneller fortkommen. Das ist doch auch zu deinem Vorteil. Wir wollen dir deine Eltern ja nicht wegnehmen.« Jana Bertha schüttelte den Kopf. »Also gut!« sagte die Rotblonde ungeduldig. »Dann nenn ihn Bert und mich Marianne. Und das sind Susanne, Nina und Annika.« Jana Bertha hörte sie wie aus weiter Ferne. Sie nickte abwesend. »Und du?« fragte die Frau. »Wie heißt du?« »Uli,« sagte Jana Bertha. »Uli.« »Ulrike?« »Also Uli Häubler.« »Jedenfalls, bis wir im Zug sind,« sagte Marianne Häubler. Jana Bertha drehte sich um. Das Gewitter stand schwarz und drohend im Süden. Seine Wolkenränder erreichten schon fast die Sonne. Breit lagerte es über der maigrünen Landschaft. Donner rollte. »Schau dich doch nicht dauernd um!« herrschte Bert Häubler sie an. »Du machst die Kinder scheu!« Jana Bertha gehorchte und schaute wieder nach vorn. In diesen Außenbezirken der Stadt kannte sie sich auch nicht aus. Aber sie sah den Turm der Stiftsruine aufragen. Vor zwei Jahren, als sie noch neu bei den Pfadfindern gewesen war, hatte sie sich, um den Weg zu den Treffpunkten zu finden, immer an diesem Turm orientiert. Vorbei an Reihen von Einfamilienhäusern und Gärten mit Gartenhäuschen, quer durch gepflegte Anlagen, gingen sie wie in Trance auf den Turm zu, ohne wahrzunehmen, was um sie herum geschah. Erst als sie das Stadtzentrum erreichte, spürte auch sie die fiebrige Spannung, die hier herrschte. Aus allen Richtungen ertönte ungeduldiges Hupen, das Sirenengeheul von Feuerwehr und Polizeifahrzeugen schwoll an und gingen im allgemeinen Lärm wieder unter. Man hörte ferne Stimmgewirr, einzelne Rufe, Geschrei. Militärfahrzeuge rasselten durch die Straßen. Die Häuplers und Jana Berta überquerten den Stadtring. Hier standen die Wagen dicht an dicht, darunter mehrere Busse, voll mit Kindern. Kein Fahrer hielt mehr vor dem Zebrastreifen an. Die Fußgänger mußten sich einen Weg zwischen den Wagen hindurch suchen. Plötzlich gerieten die Fahrzeuge wieder in Bewegung, obwohl die Ampel an der Kreuzung Rotlicht zeigte. Die Häuplers, die gerade die Straße überquerten, wurden mit Gehupe aus dem Weg getrieben. Jana Berta schrie auf, als ein Wagen auf sie zukam. Sie sprang mit einem Satz auf den Bürgersteig, Susanne hinter sich herziehend. Susanne verlor den Boden unter den Füßen und schleifte mit den Knien über den Asphalt. »Auch das noch!« jammerte ihre Mutter. »Geh weiter, Susanne, dann tut's nicht so weh.« Überall wurde gepackt, geschleppt, gehastet. Je näher Jana Berta und die Häuplers dem Bahnhof kamen, desto mehr Menschen liefen in dieselbe Richtung wie sie. Die meisten schwer beladen, manche auch ohne Gepäck, viele in ihren besten Kleidern, andere, wie sie aus der Küche oder Werkstatt kamen. Eine Frau in Pelzmantel und Hut stöckelte mit zwei schweren Koffern auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Eine andere, sie lief nur wenige Meter vor ihnen, hatte vergessen, den Rückenreißverschluss ihres Kleides zu schließen. Ein kleines Mädchen trug eine Puppe, die größer war als es selbst. Eine alte Dame presste ein Körbchen mit einem Pekinesen an sich. Ein Türke schleppte eine elektrische Nähmaschine auf dem Rücken. Susanne stolperte über ein verschnürtes Paket, das mitten auf dem Bürgersteig lag und anscheinend niemandem gehörte. Sie fiel auf die blutenden Knie, weinte jämmerlich und wollte sich nicht weiter zerren lassen. Da nahm Jana Bertha sie auf den Rücken. Rollläden rasselten. Die meisten Geschäfte waren schon geschlossen. Eine Bundesgrenzschutzstreife patrouillierte durch die Fußgängerzone, bestürmt von Bürgern, die Auskünfte haben wollten und Rat suchten. Aber die Männer in Uniform hoben nur die Schultern. Bustransporte gibt's nicht, sagte einer. Auf den Straßen geht ja nichts mehr. Gehen Sie zum Bahnhof, dort haben Sie vielleicht noch eine kleine Chance. Vor dem Bahnhof drängte sich eine Menschenmenge. Am Haupteingang wurde geschrien, geschimpft, geknufft. Rotkreuzleute schoben sich durch das Gedränge, Kinder brüllten. Ein paar Polizisten und Bahnbeamte versuchten, Ordnung zu schaffen. Aber niemand befolgte ihre Befehle, niemand kümmerte sich um sie. »Gleich regnet's!«, hörte Jana Bertha jemanden schreien. »Dann kommt alles über uns!« »Die Kinder!«, jammerte eine Frau. »Denk doch an die Kinder! Lass wenigstens sie hinein!« »Wir kommen wir nie rein!«, sagte Bertha verzweifelt. Von allen Seiten strömten Menschen heran, drängten sich vor den Haupteingang, schwärmten dann nach rechts und links aus, um einen Durchgang zu finden. Auch die Häuplers und Jana Bertha zogen nordwärts am Bahnhofsgebäude entlang. Vor einem eisernen Gittertor und einer im Lochmuster hochgezogenen Backsteinmauer, die zwischen zwei Nebengebäuden den Bahnsteig vom Bahnhofsvorplatz trennte, gab es Bewegung. Ein paar Männer entwaffneten zwei Polizisten, die mit dem Gummiknüppel in der Hand die Menge daran gehindert hatte, das Tor einzudrücken oder über die Mauer zu klettern. Denn die Mauer war nicht höher, als dass ein Mann mit ausgestreckten Armen die Oberkante erreichen konnte. Und die rechteckigen Löcher boten den Füßen Halt. Jetzt war die Mauer frei. Unter wildem Triumphgeschrei setzte ein Ansturm auf sie ein, dessen sog auch die Häuplers und Jana Bertha mitriss. Sie kämpften sich bis unmittelbar an die Mauer heran. Durch die Löcher konnte Jana Bertha hinter dem Gewimmel der Wartenden auf dem Bahnsteig den oberen Teil eines Personenzuges erkennen. Auf den Waggondächern saßen Leute dicht an dicht. Jana Bertha fielen zwei Männer mit Krawatten und weißen Hemden auf. Die Hemden waren zerfetzt und schmutzig. Eine Frau trug nur noch einen Schuh. Dann setzte sich der Zug langsam nordwärts in Bewegung. Die Leute auf dem Bahnsteig schrien ihm nach, drohten mit den Fäusten, liefen hinter ihm her. Ein paar junge Männer hängten sich an offene Fenster oder an die Haltegriffe der Einstiege. Bert hob Nina von seinen Schultern, drückte sie seiner Frau in den Arm und streifte den Rucksack ab. Er kletterte auf die Mauer und ließ sich ein Kind nach dem anderen hinaufreichen. Ein freundlicher Mann auf der anderen Seite nahm sie ihm ab. Auch Jana Bertha kletterte hinüber. Sie war eine gute Sportlerin. Nun versuchte auch Marianne, an der Mauer hochzukommen. Aber sie war füllig und ängstlich und mühte sich vergeblich so lange, bis ihr Mann sich erst um die drei Kinder kümmern mußte, die jenseits der Mauer im Gedränge standen und sich schreiend aneinander klammerten. »Passt du auf die Kinder auf!«, sagte er zu Jana Bertha und setzte ihr seine jüngste Tochter auf den Arm. Er schob alle vier unter das Dach neben der Mauer und schärfte Jana Bertha ein, dicht an die Gebäudewand gepresst, stehen zu bleiben. Dann kletterte er über die Mauer wieder hinaus. Bundesgrenzschutzleute drängten sich durch die Menge auf den Bahnsteig und postierten sich vor der Innenseite der Mauer. Sie ließen niemanden mehr vom Bahnhofsvorplatz rüberklettern. Jana Bertha hörte das Angstgeschrei, die Protestrufe der Menge, die sich von der Rettung abgeschnitten sah. Sie glaubte sogar, Berths Stimme herauszuhören. Die kleine Annika auf ihrem Arm schrie wie am Spieß. Ihr erschien wohl Jana Berthas Gesicht fremd und bedrohlich. Nina klammerte sich an Susanne, Susanne an Jana Bertha. Das Gedränge auf dem Bahnsteig wurde immer dichter. Es mußte noch andere Durchschlüpfe geben. Immer wieder stießen ausladende Rucksäcke und breite Rücken gegen Annikas Kopf. Jana Bertha kauerte sich nieder, um das Kind zu schützen. Auch Nina und Susanne hockten sich hin, mit dem Rücken zur Wand, die Knie unterm Kinn. Eine Frau stolperte über die Kinder und fiel auf Jana Bertha. Vor Schreck schrie jetzt auch Nina und rief nach ihren Eltern. Jana Bertha stand wieder auf. Verzweifelt schaute sie hinüber zur Mauer. Wann kamen die Häuplers endlich? Ließen die Uniformierten sie nicht über die Mauer? Dicht an Jana Bertha vorbei kämpfte sich ein Bahnbeamter durch das Gedränge. Die Wartenden bestürmten ihn mit Fragen. »Der Intercity aus München?« antwortete er einer Frau. »Na, Sie sind gut. In Hünfeld ist die Strecke blockiert, ein Intercity ist auf einen Triebwagen aufgefahren. Außerdem ziehen die einen Absperrgürtel um die ganze Schweinfurter Gegend. »Da fährt kein Zug mehr durch, ist ja alle schwer verseucht.« »Und wir?« schrien ein paar Stimmen gleichzeitig. »Von Bebra schicken Sie Züge her«, antwortete er und versuchte weiterzukommen. »Der nächste fährt gleich ein.« »Ich hab einen gehbehinderten Mann«, jammerte einer Frau und hielt den Bahnbeamten am Irmel fest. »Ich hab ihn bis vor den Bahnhof geschoben. Wie soll ich ihn durch das Gedränge hereinschaffen?« Der Mann hob die Schultern, riß sich los und rief, »Sie müssen Ruhe bewahren, sonst geht gar nichts mehr.« Die neuen Nachrichten verbreiteten sich auf dem Bahnsteig in Windeseile. Jana Werther dachte an ihre Mutter und an Kai, der nicht viel älter war als Annika auf ihrem Arm. »Waren Sie noch herausgekommen?« »Oder saßen Sie jetzt in der Falle? Und Joe?« Plötzlich reckten sich alle Köpfe, alle Gesichter wandten sich nach Norden. Ein Güterzug rollte rückwärts in den Bahnhof ein, teils offene Pritschenwagen, teils Viehwagons. Die Wartenden schrien und drängten vorwärts. Jana Werther wurde mit den Kindern von der Wand weggeschoben, vor die Mauer, hinter der das Geschrei am größten war. Während sie mitgerissen wurde, dem Zug entgegen, schrie sie zur Mauer hinüber. »Kommt doch, bitte kommt doch!« und versuchte sich vergeblich an den Familiennamen der drei kleinen Mädchen zu erinnern. »Bitte!« Sie sah noch, dass von außen zahllose Hände die Gitterstäbe des Tors in der Mauer umklammert hielten und daran rüttelten. Von innen stemmten sich die Männer vom Bundesgrenzschutz dagegen. Es knirschte. Eisen dröhnte an Eisen. Dann verlor sie das Tor aus dem Blick. Die Kinder schrien vor Angst. Sie wurden gestoßen und geschubst. »Haltet euch an mir fest!« rief Jana Werther. »Nicht loslassen! Mutti und Vati kommen gleich!« Die erste, die sie verlor, war Nina. Ihr Jammergeschrei ging im Lärm der Menge unter. Nur noch ein schrilles »Susanne« war zu hören. Dann ließ Susanne los. Und schon war sie zwischen Koffern und Beinen und Röcken verschwunden. Jana Werther presste Annika an sich, rief die Namen der Kinder und stemmte sich gegen den Strom. Sie erhielt Püffe und wurde beschimpft. Sie hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Vom Tor her tönten rhythmische Rufe. »Hau Ruck! Hau Ruck!« In dem verzweifelten Bemühen, irgendwo die blotten Schöpfe der Kinder zu entdecken, drehte sich Jana Werther um sich selbst. Da sah sie, wie sich auf einmal das Tor öffnete, aufgedrückt von außen. Die Menge brandete herein. Wer ihr im Weg stand, wurde überrannt. Ein Wirbel bildete sich dort, wo eben noch Ninas Rufe hergekommen waren. Menschen schlugen um sich, stürzten, rappelten sich auf und traten auf andere, die noch lagen. Jana Werther gelang es, sich zurückzuretten, an die Wand, wo sie vorher gestanden hatte. Und schon stürzten die Häublers auf sie zu. Sie rang noch nach Atem, als sie Annika in Beards Arme gleiten ließ. »Und die anderen!« schrie Marianne. »Die anderen!« Jana Werther deutete stumm auf das Chaos zwischen Tor und Zug. Da brach die Mutter der kleinen Mädchen in Tränen aus. Ihr Gesicht verzehrte sich zu einer Grimasse. Sie packte Jana Werther an den Schultern und schüttelte sie. »Du, du!« rief sie schrill. Jana Werther begann zu lachen. Sie hörte sich selber lachen, ein schrilles, verkrampftes, irrsinniges Lachen. Vergeblich versuchte sie aufzuhören. Sie mußte weiter lachen. Bestürzt schlug sie die Hände vors Gesicht und riß sich los. Sie stolperte über Koffer, Taschen und Kinder, kämpfte sich gegen den Sog voran und durch die Lücke in der Mauer, durch die immer noch eine dichte Menschenmenge hereinströmte. »Hinaus auf den Bahnhofsvorplatz.« Sie schlitten hinein in die ersten Tropfen des Regens.